Gepäckablagefächer, Landeklappen oder Triebwerkskomponenten. Made in Oberösterreich. Der Inviertler Flugzeugzulieferer FACC produziert für die großen Flugzeughersteller. Und das weltweit. Die Flugzeugteile, die werden immer leichter. Die Teile sind im Durchschnitt um 20 Prozent leichter, wie die damit ersetzten Bauteile aus Aluminium oder aus Stahllegierungen. Damit kann man ca. 20 Prozent Treibstoff sparen. Und was natürlich für die Umwelt ganz wichtig ist, man spart auch entsprechend CO2-Ausstoß. Und das Flugzeug ist wesentlich leichter. Beim Landeanflug auf Linz erspart man sich 60 Prozent des Geräuschpegels. Aktuell sorgen über 3000 Mitarbeiter aus 41 Nationen für den Erfolg des Unternehmens. Gutes noch besser zu machen, neue Ideen zu finden und umzusetzen. Ein Preis für eine Teamleistung soll dabei helfen. Nachdem die FACC ein sehr innovationsgetriebenes Unternehmen ist, wir sehr viele Auszeichnungen bekommen, national aber auch international. Und wir wollten eigentlich die Innovation unserer Mitarbeiter auch intern darstellen und die Leute im Mittelpunkt drücken. Und ganz am Anfang sagen wir machen den Oscar. Kommt aber nicht so gut. Aber man sagt jetzt machen wir Leonardo. Das geht zurück auf den Leonardo da Vinci. Und es geht darum, die Leistungen eines Teams in den Vordergrund zu stellen. Über 30 Einreichungen. Fünf Nominierte. Am Ende ein Gewinnerteam. Ja. Der Leonardo. Ein Preis für die beste Teamleistung. Ja. Wir machen Gepäcksablon und wir sind eben der größte Zuliefer von A320 oder A320er-Familie. Und da machen wir alle Viertelstunde eine fertige Box. Wir haben möglichst alle Verschwendungen rausgenommen, haben das möglichst clean aufgestellt, sodass das in kürzester Zeit und möglichst effizient erledigt werden kann. Und nicht nur effizient, sondern auch die ergonomischen Aspekte, die berücksichtigt worden sind. Das Gewinnerprojekt ist im Wesentlichen eins. Es wird effizienter gefertigt. Es wird stressfreier gefertigt. Es wird alles transparenter gemacht. Und damit ist der Mitarbeiter zufrieden. Die Effizienz steigert sich und somit die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens. Teamwork wird bei FACC großgeschrieben. Wie man uns bei der Weihnachtsfeier in Riedemingkreis bestätigt. Ich freue mich für das ganze Team, für den ganzen Vorstand, der uns auch finanziell überall unterstützt hat. Also das war wirklich einzigartig. Investitionen in der Höhe von bis zu 100 Millionen Euro fließen bei FACC in die Forschung und Entwicklung der Hightech-Bauteile. Dort wo Sie, wenn Sie einsteigen, Ihr Handgepäck hineinlegen. Das ist von FACC, aber auch die ganze Verkleidung der Kabine. Wenn Sie aber jetzt, bevor Sie einsteigen, aufs Flugzeug schauen, so sind die Teile am Flügel von der FACC unter anderem das Winglet, das bei allen 737 mitfliegt. Wir haben 5000 in der Geschichte der letzten 10 Jahre geliefert. FACC produziert für alle großen Flugzeughersteller, wie Airbus, Boeing und Co. Denken Sie also dran, wenn Sie das nächste Mal in Urlaub fliegen, ein Stück Oberösterreich ist immer mit an Bord.